Untertitelung des ZDF, 2020 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 Empfängnisstrafe dafür. Und was würdet ihr dazu sagen, wenn euch derjenige dann noch erzählt, wenn eure Kinder im jugendlichen Alter gegen dieses Gesetz verstoßen, dass sie dann in eine Art Umerziehungseinrichtung kommen, um auf Linie zu diesem Gesetz gebracht zu werden? Das ist totaler Science-Fiction, oder? Leider nein. Im Jahr 2013 hat die ECTR einen Gesetzentwurf bei der EU eingereicht, der sich mit dem Thema Toleranz gegenüber Minderheiten befasst. Diese Gesetzesvorlage, beziehungsweise dieser Gesetzesvorschlag, hat einen gewissen Wirbel verursacht und das Ganze wurde erst einmal in die Schublade gelegt. Dann hat man ein bisschen gewartet und Ende 2014 wurde es wieder hervorgezaubert, denn da redet ja keiner mehr rüber. Also kann man jetzt in aller Ruhe im stillen Kämmerlein daraus ein Gesetz schustern, das dann einfach mal an der Bevölkerung vorbei veröffentlicht werden wird. Dieses Gesetz trägt den tollen Namen European Framework National Institute for the Promotion of Tolerance, was frei übersetzt ungefähr so viel bedeutet wie europäische Rahmenrichtlinie zur Förderung der Toleranz. Das Ganze steht unter der Headline, es gibt keinen Grund für Toleranz gegenüber Intoleranz. Das gibt ja schon mal eine gewisse Marschrichtung vor, also keine Toleranz gegenüber jemandem, der in den Augen der EU intolerant ist. Und was Intoleranz ist, das bestimmt dann die EU. Alles was ich jetzt sage, könnt ihr in diesem Pamphlet selber nachprüfen. Der Link befindet sich auch in der Videobeschreibung. Es ist leider auf Englisch, aber auf Deutsch ist es noch nicht zu finden. Ziel dieser Vorlage soll es sein, in Europa das interreligiöse und interethnische Zusammenleben zu verbessern. Im größeren Kontext betrachtet ist dieses Gesetz laut Expertenmeinung eigentlich nur dazu da, die Meinungsfreiheit abzuschaffen. In Abschnitt 2 dieses Gesetzes heißt es zum Beispiel, dass Islamophobie intolerant ist. Islamophobie ist aber in diesem ganzen Schreiben nicht weiter definiert, was im Umkehrschluss bedeutet, dass jegliche Kritik am Islam ein Verstoß gegen dann geltendes Recht wäre. Ferner heißt es, dass Toleranz jeder Minderheit garantiert werden muss. Ist ja erstmal nicht so schlimm. Der Rest, der jetzt kommt, da wird es dann herbe. In Abschnitt 6 wird festgestellt, es versteht sich von selbst, dass die Verfügung einer Richtlinie, um Toleranz zu fördern, an sich nicht ausreicht. Es muss einen Mechanismus geben, der sicherstellt, dass die Richtlinie nicht nur auf dem Papier besteht, sondern dass sie tatsächlich in der Realität umgesetzt wird. Was bedeutet das? Darauf gibt es dann Antwort im Abschnitt 6 des Schreibens. Da wird nämlich von den 28 Mitgliedern der EU eine eigene Dienststelle verlangt, in jedem Land, die die Umsetzung dieser Richtlinie überwacht. Was heißt das? Das Ganze heißt, es soll eine Art Gesinnungspolizei geben, die in der Bevölkerung ein bisschen rumschnüffelt, ob auch alle Linien treu sind. Der Absatz 7 des Schreibens sagt dann auch gleich mal, wo drauf zu achten ist, wenn diese, ich sag mal, Gesinnungspolizei dann ihre Arbeit aufnimmt. Da heißt es nämlich, die folgenden Handlungen sollen als kriminelle Handlungen angesehen werden, die als schwere Straftaten zu verfolgen sind. Diffamierung einer Gruppe wird allgemein definiert als öffentlich gemachte, beleidigende Äußerung, die gegen eine Gruppe oder ihre Mitglieder gerichtet sind und die darauf abzielen, zu Gewalt aufzurufen, die Gruppe zu verleumden, sie der Lächerlichkeit preiszugeben oder falschen Anschuldigungen auszusetzen. Das muss man sich deutet also. Ein einfaches, dahergesagtes, ich sag jetzt mal, ich bitte das zu entschuldigen, blöde Itakor, das reicht aus, um eine schwere Straftat begangen zu haben. Aber ein richtiger Knaller dieses Schreibens, der kommt jetzt. Und zwar ist das der Absatz 7b. Der sagt, dass Jugendliche, die vergehen nach Absatz A, also das, was ich gerade im Moment zuvor gelesen habe, für schuldig befunden wurden, ein Rehabilitationsprogramm durchlaufen müssen, das ihnen die Kultur der Toleranz anerzieht. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Das bedeutet, dass Jugendliche, die im Streit oder wann auch immer eine Bemerkung in diese Richtung machen, in eine Art Umerziehungslager gesperrt werden, um auf Linie gebracht zu werden. Und das Beste ist, dass dies von der Grundschule an so sein soll. Da komme ich gleich noch zu, denn die Herrschaften möchten, dass dies mit dem ersten Tag in der Schule bis über das Studium, bis zur Erwachsenenbildung uns tagtäglich eingetrichtert wird. Der Absatz 7e dieses Schreibens, der besagt, dass ein Opfer einer solchen Straftat das Recht auf Klage erhalten soll und für diese Klage nichts bezahlen muss. Das heißt, es gibt eine komplette Gerichtsbeihilfe und das Opfer muss nicht einmal dafür seinen persönlichen finanziellen Status erklären. Wichtig ist nur, dass geklagt wird, damit dieser Mensch, der dieses böse Wort, was auch immer gesagt hat, strafrechtlich belangt werden kann. Mal ganz nebenbei bemerkt, wer Prozesskostenbeihilfe beantragt, der darf so gut wie, naja, keinen vernünftigen Lebensunterhalt haben. Bis jetzt jedenfalls nach diesem Gesetz sieht das aber für Minderheiten dann ein bisschen anders aus. Und jetzt kommen wir zu Abschnitt 8 und der ist dann wirklich herbe, weil das betrifft, falls ihr habt eure Kinder. Da geht es nämlich um Schulen. Und der Abschnitt 8, der sagt aus, dass die Regierung sicherstellen soll, dass Schulen von der Primarstufe an aufwärts Kurse einrichten, die Schülerinnen und Schüler ermutigen sollen, Vielfalt zu akzeptieren und ein Klima der Toleranz zu schaffen. Besonders im Hinblick auf die Qualitäten und Kulturen anderer. Wir selber haben ja anscheinend keine. Unsere Kultur besteht ja nur aus dem Jahr 1933 bis 1945. Davor und danach gibt es anscheinend nichts, worauf wir uns berufen können. Naja, in einer Fußnote zu diesem Abschnitt gibt es dann noch eine kleine Erklärung. Und da steht dann drin, es ist sehr wichtig, mit solchen Kursen so früh wie möglich im Bildungsprogramm zu beginnen. Zum Beispiel in den Grundschulen. Dennoch müssen diese Kurse auch in den weiterführenden Bildungseinrichtungen angeboten werden, bis hin zu den Universitäten. Meine persönliche Einschätzung ist einmal die, die reden hier einmal von Dingen, die getan werden müssen. Das heißt also, dass Kinder das lernen müssen. Die müssen diese Linie eingebläut kriegen und dann reden sie von Kursen. Also ich denke mal, dass mit Kurse hier schon Pflichtfächer gemeint sind. Und wehe, man nimmt nicht daran teil. Dann muss man vielleicht ins Umerziehungslager. Tja, und wenn wir dann schon mal bei der Indoktrinierung eines Volkes sind, da darf natürlich auch der Bereich der Medien nicht fehlen. Auch dafür gibt es dann einen Entwurf. Und zwar ist das Ganze im Absatz 9a zu finden. Da steht, dass die Regierung sicherstellen soll, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, also Fernsehen und Radio, einen bestimmten Teil ihres Programms verwenden, um ein Klima der Toleranz zu schaffen. Absatz b fügt hinzu, die Regierung sollte alle Massenmedien in privater Hand, einschließlich der Presse, dazu auffordern, ein Klima der Toleranz zu fördern. Absatz 9c sagt aus, die Regierung sollte alle öffentlich-rechtlichen sowie privaten Massenmedien dazu auffordern, einen ethnischen Verhaltenskodex zu adaptieren, der die Verbreitung von Intoleranz verhindert und von einer Kommission überwacht wird, die Beschwerden in Bezug auf Massenmedien bearbeitet. So, da wird also auf der einen Seite gesagt, dass die Regierung die Sender auffordern sollte, sich diesem Gesetz zu beugen, natürlich ganz freiwillig, gar keine Frage, und auf der anderen Seite wird gleich erwähnt, dass es eine Behörde gibt, die darauf achtet, dass es auch getan wird. Das ist schon sehr seltsam. Dieses ganze Schreiben ist so ausgelegt, dass der Schutz vor Verletzungen einzelner Personen, die einer Minderheit angehören, was wirklich keine schöne Sache ist, aber auf Kosten der Rede- und Meinungsfreiheit in Europa getragen wird. Laut Expertenmeinung dient dieses Gesetz auch dazu, gewisse Gruppen oder Personen ruhig zu stellen. Denn ihr könnt euch sicher vorstellen, in dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Demonstration anzettle, die sich vielleicht gegen eine gewisse Gruppe richtet, ist das Ganze eine Beleidigung. Das heißt, a darf diese Demonstration nicht stattfinden und wenn doch, macht sich jeder strafbar, der daran teilnimmt. Und beim Thema Demonstration fällt mir ein, dass es in diesem Schreiben noch den Absatz gibt, wo drin verlangt wird, dass Demonstrationen, bei denen davon auszugehen ist, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt, verboten werden sollen. Diese Beurteilung obliegt aber ganz allein der EU. Und dieses Demonstrationsverbot, das kann laut der Forderung in diesem Pamphlet, pauschal verhängt werden. Das heißt, wenn diese Gesinnungspolizei, die eingerichtet werden soll, um dieses ganze neue System zu überwachen, der Meinung ist, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal blöd, die Organisation XY, die gegen Sonnenblumen demonstriert, eine Gewalttätige ist, dann dürfen die nicht mehr demonstrieren. Ob die was getan haben oder nicht, die schätzt das einfach mal so ein, da könnte es zu Gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen. Und das war es dann mit der Demonstrationsfreiheit in diesem Land, die in unserem Grundgesetz so schön verankert ist. Das ist unfassbar. So, ich möchte jetzt noch einmal auf die European Dignity Watch kommen, denn die haben mehr dazu gesagt, als ich eben vorgelesen habe. Das wollte ich jetzt zum Schluss noch anhängen, weil ich glaube, dass das, was die Herrschaften formuliert haben, einfach besser ist als das, was ich hier rüberbringen kann, weil es einfach genauer den Nagel auf den Kopf trifft. Die sagen zum Beispiel, konfessionelle Gruppen und Schulen, Angehörige einer bestimmten Region oder auch einfach Eltern, die ihren Kindern bestimmte Werte vermitteln wollen, stünden so, also mit diesem Gesetz, unter dem Generalverdacht, intolerant zu sein. Schlimmer noch, ist dieses Gesetz einmal fest in der EU-Politik verankert. Könnte eine solche Sprache dazu führen, dass Anklagen auf unklarer oder sogar ohne rechtliche Grundlage erhoben werden. Das beängstigende Ergebnis wäre dann ein dramatischer Einschnitt und vielleicht sogar das Verschwinden des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Einzelne Gruppen würden sich selbst zensieren in der Angst, dass sie wegen der Äußerungen ihrer eigenen persönlichen moralischen Ansichten strafrechtlich verfolgt werden könnten. Das Problem bei diesem Gesetz ist auch, dass gar nicht genau definiert ist, wer da geschützt werden soll. Da ist die Rede von Minderheiten. Da werden ein paar aufgeführt, da werden Muslime aufgeführt, Migranten, ich sag jetzt mal aus Rumänien oder sowas alles in dieser Richtung. halt Minderheiten. Wenn das Gesetz letztendlich alles betrifft, das steht da gar nicht, weil ich sag mal Politiker sind auch Minderheiten. Also ist ja nicht so, dass die Mehrzahl der Bevölkerung Politiker sind. Das ist eine Minderheit und wenn ich gegen die vorgehe, mein Gott, dann mache ich mich strafbar. Dieses Gesetz in seinem Wortlaut ist erst einmal vielleicht gar nicht so schlimm. Was die Auslegung des Gesetzes allerdings angeht, weil es so schwammig formuliert ist. Das ist wirklicher Sprengstoff. Das bedeutet die totale Meinungsversklavung in Europa. Und keinen Menschen scheint es zu interessieren. Niemand berichtet darüber. Unsere gleichgeschalteten Medien werden es wahrscheinlich noch beklatschen, wenn es dann mal durch ist, dieses Gesetz. Müssen sie ja. Sie dürfen ja gar nicht mehr anders berichten. Leute, mal ganz ehrlich, dieses Gesetz steht eigentlich erst einmal nur im Zusammenhang mit dem Thema Toleranz und beinhaltet da schon. Dinge wie Umerziehungsprogramme oder Gefängnisstrafe, weil eine Äußerung, die nicht zu diesem Gesetz passt, eine schwere Straftat ist. Das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt der totalen Kontrolle durch den Staat. Und das wird nicht das letzte Gesetz dieser Art sein. Alles, was ich jetzt erzählt habe, wie gesagt, das klingt total unfassbar. Aber es ist die Realität. Ihr könnt es selber nachlesen. Aber mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Vielleicht schreibt ihr es mal ins Kommentarfeld, wie ihr das seht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Denn die Beratungen über die Einführung dieses Gesetzes, die laufen bereits. Aber da hört man absolut nichts drüber. Das werdet ihr merken, wenn ihr mal ein falsches Wort sagt und plötzlich vorm Richter steht. Und dann werden euch die Augen aufgehen, was euch da erwartet. Und das mit den Kindern und den Umerziehungsprogrammen, das finde ich sowieso die Härte. Ganz ehrlich, wir haben ja sicher einige Leute hier, die vielleicht aus der ehemaligen DDR kommen. Ich glaube, die können euch einiges über so eine Gesinnungspolizei erzählen. Oder frag mal Uroma und Uropa oder Oma und Opa über die Gestapo. Das war identisch. Da hat eine Äußerung gereicht und ihr wart weg vom Fenster. Das ist kaum zu fassen, was hier abgeht. Und leider ist es doch die Wahrheit, die belegbare Wahrheit. Und damit lasse ich euch jetzt einmal alleine. Ich danke fürs Zuschauen und bzw. zuhören. Und beim nächsten Mal habe ich dann wieder etwas für euch, was wirklich gruselig ist. Aber es ist so. Bis dann.